So, hier, dann ganz leicht. Hier. Diese Seidenschef. Hey, kack, du bist echt verrückt. Ich glaub's doch wohl, ne? Hey, Lili. Jetzt kommen wir zu diesem. Oh, nein, das muss am Arschme. Ja, oh, okay. Was soll ich denn? Ja, so gut. Fertig? Ich habe fertig. Nein, die ist nicht fertig. Ich kann mich nicht reinhalten. Ja, das machst du schon. Es ist schwierig. Ich habe die Haare noch nicht abgesenkt. Schaut mich. Die schmecken nicht so gut. Schau. Schau. Ja. Das war's so much.